So, was geht YouTube und es freut mich, dass du wieder eingeschalten hast. Heute gibt es ein bisschen Vanguard, Waffen randen und so und wundert euch nicht, dass das Mikrofon jetzt anders klingt, das in der Aufnahme ist nämlich unbearbeitet und damit würde ich sagen, los geht. Natürlich nur Hitmarker. Und dann, ja Digga, was soll man da machen, gar nichts. Ja. Ja, natürlich. Hitmarker. Ja, ne. Ich glaube, ich soll's. Digga. Ich glaube einfach, ich sollte damit aufhören. Ja, Hitmarker. Ja. Ja. Ähm. Ähm. Hey. Treffe irgendwie gar nichts Außer Hitmarker Ja, Hitmarker Ja Schlechte Leistung, ganz ehrlich Warum kommt hier niemand? Ja Super Loll Loll Der war nice Ja Hitmarker Warum Ja, warum Ja, warum Das ist gut Genau jeden Schuss treffen Ja So Das ist gut Das wollte ich nicht Woher wusste ich das Ach ja Hier sind wir auch schon am Ende angekommen und es freut mich, dass du bis jetzt dran geblieben bist Es würde mich natürlich freuen, wenn du ein Like und ein Abo da lässt und einen Kommentar schreibst mit deiner Meinung zu diesem Video, damit ich mich verbessern kann und hiermit würde ich mich verabschieden. Tschüss Ciao 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 Jo Bis zum nächsten Mal.